Und dann Moinzen zu den VfB-News dieser Woche. Die ist mal ein bisschen ungewohnt am Samstag hier, einen Tag vorm Spiel. Ja, wir haben wieder einiges an News am Start. Ein bisschen was zu Einzelspielern, ein bisschen was zu Instagram. Habt ihr den Titel schon entnehmen können. Natürlich wie immer, alle Geschichten, alle Quellen und so weiter im Sammellink in der Videobeschreibung drin. Wir fangen an mit was Kürzerem, nämlich nur Statistik. Zu dem Saisonstart. Der Leistung der Teams in den ersten drei Saisonspielen nach Datenindex. Ich gebe zu, ich weiß nicht genau, was es für ein Datenindex ist. Was da genau bewertet wird, aber bei dem stehen wir auf Platz 5. In der Tabelle ist es, glaube ich, Platz 13, wenn ich es richtig im Kopf habe. Also, typisches Datengetue. Eigentlich hätten wir besser sein können, oder waren wir besser, als die Tabelle hergibt. Aber mein Gott, sind die ersten drei Spieler gefangen. Interessant, dass hier noch mit rein sind in diese Statistik. Vor uns Wolfsburg, Leverkusen, Dortmund und die Bayern. Auch sehr, sehr interessant. Der VfB, also wir haben ja unseren Kader verjüngt. Schreibt auch Spox, von dem jetzt hier diese Bildergalerie kommt. Mittlerweile tummeln sich 23 Spieler im Kader, die 23 Jahre oder jünger sind. In Europas Top 5 Ligen stellt sich nur Marseille eine jüngere Truppe. Und sie zeigen kurz durch. Und wir gehen mal kurz die Namen durch. Florian Müller, 23 Jahre alt. Massimo ist 20. Mafropano ist auch 23. Mola auch erst 20. Sosa ist auch 23. Genauso Mangala. Milo erst 19. Klimawitsch auch erst 21. Beyaz, jetzt eben erst 18 geworden. Wahid Fah hier auch 18. Silas auch immer noch nur 22. Florian Schock ist unser neuer dritter Keeper. Hat man auch im Podcast drin. Hat man auch in dem Jugendpodcast, da genau mal reinhören, drin. Der jetzt ja offiziell dritter Keeper ist. Damals war es ja glaube ich noch so gerüchtemäßig ein bisschen. Jetzt ist es wirklich offiziell geworden. 20 Jahre alt, der Kollege Ito, 22. Wir haben ja auch noch Musa Cissé. Auch ganz vergessenen Kollegen fast, wenn ich ehrlich bin. Weil der auch ein bisschen verletzungsgeplagt war. Auch erst 18. Dann haben wir Armada, 19. Obwohl, das war, war das der Cissé? Ja ne, das ist der Linksverteidiger jetzt. Wir haben ja zwei Cissé, das ist der Linksverteidiger. Ja, sorry Jungs, das war ein Linksverteidiger, der neu kam. Erstmal für die U19, U21 eingeplant ist. Armada, 19 Jahre alt. Nathai, 21 Jahre alt. Koulibaly, auch erst 20. Jetzt kommt der Richtige, den ich gemeint habe. Momo Cissé, auch erst 18. Der hat ein bisschen Verletzungspech. Hier stimmt's. Der hat auch, glaube ich, schon ein paar Bundesliga-Minuten gesammelt. Ich meine auf jeden Fall im allerersten Spiel gegen Freiburg. Letzte Saison ein paar Minuten bekommen. Marmusch, Leihspieler, auch 22 Jahre alt. Erst Führig, auch 23. Und eben Sanko, 17 Jahre alt. Koul, auch 20 Jahre alt. Und Eckloff, auch 19. Also unfassbar, was wir für eine Bandbreite an jungen Talenten da im Kader haben. Von die Bildergalerie da von Spox, ganz schön, hab's hier mit reingenommen. Das hier von fußballtransfers.com ist auch ganz interessant. Ohne Abgänge. So könnte der VfB-Scot auflaufen. Dann nennen sie, also ich lese einfach mal die Startelf vor, wie sie sie hingestellt haben. Kobel, Kabak, Rüdiger, Kehrer, Pavard, Kimmich, Rudi, Gnabry, González, Werner und Kostic. Ich tippe mal, dass sie die meinen, die jetzt eben aktuell auch noch spielen. Sonst kann es natürlich noch ganz andere Namen nennen. Aber so, stellen sie das Ding auf. Kabak ist ja auch erst frisch zu Norwich City geliehen worden. Kehrer ja bei PSG, Rudi bei Hoffenheim. Also, ne, ist halt die Startelf von Leuten, die nicht mehr bei uns sind. Und eben auf Kostic treffen wir natürlich auch am Sonntagmorgen. Also, Stenzel will bleiben, ist die erste News aus jetzt ein paar Dingern, die quasi auf Einzelspieler abzielt. Der möchte bleiben, Interview bei der Bild. Sagt, yo, ich laufe jetzt nicht von einer blöden Situation weg, das mag ich gar nicht. Keine einfache Zeit, aber ich weiß, dass es im Fußball total schnell gehen kann. Mit einem Mal ist man wieder da. Und eben bei Vopanus auch nicht unbedingt verschont von Verletzungen. Der wird mit Rotation oder hat auch, glaube ich, schon nach Einwechslung bestimmt mal irgendwie seine Chance auf Einsätze. Sehr cool finde ich auch, dass Mola direkt bei der U20 wieder am Start war. In der Startelf auch gewesen. Ich meine jetzt, dass er sogar zentraler Innenverteidiger war. Also, er war gar nicht links oder mittelfeld, sondern wirklich in der Innenverteidigung. Hat er auch sogar das 1-0 erzielt. Sehr, sehr geil. Wie gesagt, er war ja wirklich Ewigkeiten verletzt. Er kriegt Spielpraxis, kriegt auch Selbstvertrauen, weil die U20 von England ist jetzt keine Nation, wo man einfach so reinrutscht, würde ich mal einfach behaupten. Deswegen mal gespannt, auf wie viele Einsätze der bei uns noch kommt. Dann hier der Titel vom Kicker. Massimo will raus aus dem Silas-Schatten. Ja, was heißt Silas-Schatten? Ich meine, wenn Silas wieder kommt, dann tippe ich auch mal stark drauf, dass es für Massimo erstmal wieder schwieriger wird. Wenn er eben die Leistung abliefert, die man von dem Silas gewohnt ist, muss man auch immer gucken nach seiner langen Verletzung. Aber wenn er das tut, dann wird es jeglicher Spieler da auf rechts schwer haben, an Silas vorbeizukommen. Ist ja auch in der U21-Nationalmannschaft von Deutschland dabei, der gute Massimo. Und da zockt er auf der Rechtsverteidiger-Position. Interview von der Bild gab es auch mit Philipp Förster. Ja, das Interview, wie gesagt, alles hier, könnt ihr euch noch länger durchlesen, alles verlinkt. Der sagt, dass erstmal die Tore gefehlt haben vor allem. Tore, das muss besser werden. Das hat aus seinem Alter ein bisschen, ja, ein bisschen, ja, hat das Ruder in die Hand nehmen muss mit seinem Alter mittlerweile. Und eben auch, das Zitat hier, vielleicht ist es bei manchen Fans ein wenig in Vergessenheit geraten, dass ich beim VfB schon in der Jugend gespielt habe und im NLZ lange ausgebildet wurde. Das ist etwas wirklich Besonderes für mich, das VfB-Trikot zu tragen. Und ich werde immer alles für diesen Verein geben. Finde ich auch sehr schön. Philipp Förster ist ja jetzt 26 Jahre alt. Nur als Ergänzung für dieses, ja, ist ja gerade Stammpersonal eben auch so ein bisschen, ne, die Verantwortung übernehmen im Team. Wir haben zwei Zitate zu, ja, Neuzugang zum Fahr hier. Mal gucken, ob wir in Frankfurt 10, ich denke mal maximal im Kader, weil er eben jetzt erst frisch dazu kam. Aber mal gucken, vielleicht überzeugt er ja auch schon direkt den guten Rino in den Trainingseinheiten, die er noch hat. Mit 16 Stammkraft beim Heimatverein Velje BK und dann geht es in die erste dänische Liga und jetzt mit 18 zum VfB. Möllenberg, ne, Dänischer Journalist, hat gesagt, es ist lange her, dass ich zuletzt so einen talentierten jungen Spieler in Dänemark gesehen habe. Eigentlich kann ich mich an keinen erinnern. Und natürlich auch noch ein anderes Zitat vom Keeper von seinem Ex-Verein, von dem er jetzt hierher gewechselt ist, Alexander Brunst. Weitert eine unheimliche Wucht, er ist robust, groß und bald für sich gesehen. Nicht als Stoßstürmer, der nur auf den Abschluss wartet, sondern als Anspielstation auf der 9er Position, der Bälle auch festmachen und gut verteilen kann. Er hat eine feine Technik, er ist aber auch top im 1 gegen 1, hat ein gutes Tempo und ist Kopfballstark. Mich erinnert er ein bisschen an Mario Gomez, wenngleich Wahid aus meiner Sicht technisch stärker ist, er kann ein ganz großer werden. Also, wie schon tausend mal gesagt, er kommt mit unfassbaren Vorschusslobe an der Wahid-Fahr hier. Trotzdem, gerade auch wegen diesem ruhig an den Kerle rangehen, der wird nicht innerhalb, oder vermutlich, würde man es im Alter zumindest mal nicht zurechnen direkt, dass er direkt in den ersten drei Spielen acht Hütten macht, übertrieben gesagt, und direkt das Ruder übernimmt. Aber sehr, sehr schön, dass wir so einen von dem Kaliber an Talent wieder uns angeln konnten. Und auch eine sehr schöne News hier noch als Letzte in der Kategorie quasi, nach Kreuzbandriss. Silas arbeitet weiter, äh, arbeitet wieder mit dem Ball. Ähm, sehr, sehr schön zurück, äh, auf dem Trainingsplatz, ist wieder ein bisschen am Start. Wie gesagt, ich glaube, Transfermarkt, die hat irgendwas im, ähm, ja, wie soll es heißen, irgendwann im Oktober, glaube ich, angegeben, dass er zurückkommt. Ähm, und vor gut einem Monat steht hier noch im Artikel drin, hat Sportdirektor, also Müsintat, ähm, gesagt, Silas sei erst ab November oder Dezember im Teentraining zu erwarten. Mal gucken, was jetzt wird. Dort vermutlich wird man in richtig alter Stärke, oder hoffentlich wird man in richtig alter Stärke wahrscheinlich zusammen quasi mit Kalajdzic wieder, äh, dann in der Rückrunde erwarten können. Müsintat ist eine gute Überleitung. Wir machen nämlich jetzt kurz den Instagram-Part. Hat sich, ja, gab ein bisschen Gerüchte, ob das wirklich jetzt richtig ist, ähm, weil er hat einen Instagram-Kanal gehabt, den auch viele kannten, auch mit Kommentaren und so weiter, und da war man sich nicht ganz sicher, stimmt er? Es wurde offiziell jetzt, also, ne, Bild und so weiter, haben es alle offiziell gesagt. Es ist der offizielle Instagram-Account von Sven Müsintat. Macht natürlich dieses See you soon, hab noch zu tun, tausendmal geiler. Das war, glaube ich, unter einem Post von, ähm, von einer Marmusch, äh, Präsentation quasi, wo halt auch, genauso wie Fahir, überall der Müsintat nicht mehr draufsatzt, sondern Hitzesberger. Dann hat er eben drunter geschrieben, See you soon, hab noch zu tun. Und see you wirklich mit C und U quasi auf Englisch, ne, die Abkürzung. See you soon. Ey, sensationell, dass er wirklich einen Instagram-Account hat. Und der stimmt auch so. Und auch direkt, ich glaube, der dritte Post ist es, ähm, direkt einer mit Aussage. Man kann es nicht oft genug sagen, Rassismus und Rechtspopulismus sind keine Alternative für Deutschland. Also wählt sie auch nicht eine Top-11 gegen, äh, rechts, ähm, von Musikkünstlern. Also, Müsintat weiter. Ein absoluter King. Und auch der Account sehr, sehr sympathisch. Und auch hier direkt kam, was quasi gegen ihn aus dem AfD, ähm, ja, aus der AfD-Richtung. Ähm, und wie es hier da eine Twitter-User geschrieben hat, Lebe steht so, dass die AfD etwas dagegen hat, alles richtig macht, zumindest hat. Das kann man, glaube ich, so stehen lassen. Und es ist sehr, sehr cool, dass der Kollege, äh, wirklich offiziell diesen Account hat. Und auch wirklich einfach, er schreibt da auch so locker, dass es keine, keine Ahnung, offizielle Verkündungsschreiberei oder so weiter. Das ist wirklich einfach direkt Schnauze raus, wenn wir sind, hat. Ich finde das sensationell, deswegen hat er auch hier quasi von der News-Podcast-Folge heute den Titel bekommen, ähm, mit dem Wortspiel des Jahrhunderts. Würde ich einfach mal so stehen lassen. Ähm, ja. Was auch sehr schön ist beim VfB, ist, äh, ja, wie man generell mit solchen Themen wieder weiter umgeht. Wie man generell mit diesem Ding, von wegen Sport und Politik, ist auch nicht zusammen und so weiter. Und früher wurden irgendwelche Logos, und so gab es die große Geschichte, irgendwelche Logos, äh, gegen die AfD oder gegen rechts generell, auf irgendwelchen Dingern retuschiert, auf irgendwelchen Fotos, wenn Leute was, das getragen haben als T-Shirt oder Pulli oder was immer das damals war. Und jetzt eben, die VfB-Nachwuchsfußballer haben sich bei mehreren Workshops mit dem Maccabi Deutschland e.V. intensiv mit dem Thema Antisemitismus im Sport befasst. Einfach sehr schön, man sieht einfach diese bisschen, diese Vorbildshaltung beim VfB wird immer größer. Auch in Reichweite mäßig, dass man wirklich auch rausbringt, guck mal, wir machen was, wir machen hier, wir machen da. Entwickelt sich wirklich in eine sehr, sehr schöne Richtung. Entwickelt hat sich aus Alter von unserem Klub, ist jetzt schon zwei Tage her, aber der VfB wurde 128 Jahre alt. Sehr, sehr schönes Ding. Wir machen mini, mini, mini Teil mit zwei News zu Transfers, kommt jetzt hier anliegend. Nämlich erstmal, bei Borna Sosa gab es ein Gerücht von Transfermarkt.de, dass da scheinbar Inter Mailand interessiert wäre, weil eben da Kolarov und Perisic beide 35 und 32 sind, also älter sind und auch scheinbar die Verträge im Sommer auslaufen. Deswegen ist da Borna Sosa in den Fokus geraten. Ist ja auch nicht unbedingt unüberraschend so, also diese Form von Linksverteidiger mit der Qualität, die den Sosa mittlerweile hat, auch jetzt ja auch kroatische Nationalspieler, dass der begehrt wird, ist glaube ich nichts Neues, weil wie gesagt, gerade Außenverteidiger sind rar. Da ist der Markt, glaube ich, wirklich ein bisschen schwieriger. Problem natürlich für Inter, steht auch hier im Artikel drin oder in einem Gerücht drin. Problem für Inter, Sosa hat noch einen Vertrag bis 2025 und dürfte deshalb mächtig teuer werden. Den muss man auch sagen, an dem haben wir sehr, sehr viel Vertrauen gesetzt. Auch in der zweiten Saison geblieben und so weiter, hat er wirklich auch keinen einfachen Start, also nicht vergleichbar mit Maffeo natürlich mit der ganzen Geschichte, aber auch einen schwierigen sportlichen Start beim VfB hingelegt. Hat er auch früh den Vertrag dann nochmal verlängert bekommen, jetzt nochmal verlängert bis 2025 mit einer längsten Verträge bei uns am Start. Deswegen, mal gucken, weil dann müssten sie richtig Kohle auf den Tisch legen, aber ich glaube, das wird dann sowieso ja erst im Sommer so richtig interessant oder irgendwelche Gerüchte für den Sommer, im Winter. Gucken wir erstmal, aber wie gesagt, ich glaube jetzt große Transfergerüchte nehmen, eher schwierig. Das kann man, glaube ich, doch schon ein bisschen mehr für voll nehmen, weil es, glaube ich, auch damals schon mit rauskam. Stuttgart soll beim Afropanus eine Kauppflicht besitzen, nämlich die greift bei Klassenerhalt. 7 Millionen müssen wir dann in Arsenal zahlen scheinbar und scheinbar eine Kaufoption. Wenn ich es richtig verstehe, wenn wir absteigen würden, die wäre bei 3 Millionen. Ja, keine Ahnung, ich meine, Abstieg wollen wir sowieso nicht, deswegen fällt es eh weg. Das Ziel und was wir, glaube ich, und hoffentlich auch erreichen, ist ja der Klassenerhalt. Und scheinbar müssen wir dann nächsten Sommer schon mal, ja, können wir schon mal mit 7 Millionen rechnen, die wir ausgeben als Kaufpflicht für Mafropanus. Finde ich aber auf dem Markt auch, ja, völlig in Ordnung, die Summe so im nächsten Sommer. Da muss man halt gucken, weil ja scheinbar auch ein Kampf im nächsten Sommer dann weg ist. Ja, hast du schon mal 7 für Mafropanus-Festverpflichtungen, brauchst ja nochmal ein bisschen Asche dann, um den Kampf zu ersetzen. Also es könnte dann auf der Innenverteideposition interessant werden, was wir an Kohle haben, was wir vielleicht an Spielern abgeben müssen, um wieder Kohle zu haben, wie es dann aussieht mit der finanziellen Lage. Und jetzt kommen wieder Leute ins Stadion zurück, generell, ob die Klubs noch groß Corona irgendwie befangen sind im nächsten Sommer, was Transfersumme angeht. Ich meine, diesen Sommer waren sie es ja sowieso auch nicht in den großen Klubs. Der Markt wird runtergehen und sowas, war ja Bullshit. Wir hatten, glaube ich, mit eines der krassesten Transferfenster überhaupt, was die großen Namen und so angeht. Aber bei uns jetzt persönlich oder bei kleineren Klubs einfach wie uns, wird es, glaube ich, sehr interessant, weiterhin Winter genauso wie auch Sommer, was da passiert. Und eben vermutlich Kempf zu ersetzen und schon 7 Millionen wegzurechnen, die wir für Mafropanus zahlen. Bin ich mal sehr gespannt, wie es sich im nächsten Sommer gestalten wird. Kempf ist auch eine Überleitung für das nächste Thema. Der ist, ja, wie soll man sagen, auch aus VfB-Sicht, aus irgendwelchen Gründen für den Bundesliga-Player of the Month nominiert worden. Also das muss mir irgendwer mal 100% gescheit erklären. Ich weiß, er hat seine Hütten gemacht gegen Fürth die zwei Tore. Das war auch alles schön. Ja, er war halt trotzdem danach in der Defensive dabei, die Tore gefangen hat. Wie lustig, ne? Also wir haben gegen Fürth eins kassiert, gegen Leipzig vier und dann nochmal gegen, ja, wir haben acht Stück kassiert in drei Spielen. Ich glaube, Freiburg müsste ja auch, ja, müsste auf jeden Fall noch in August zählen. Hat eine Länderspielpause dazwischen. Also, ja, schön zwei Tore gegen Fürth ist schön, aber auch miteinander da, wie soll man sagen, ohne jetzt gemein zu klingen, einer der Schwächeren im Abwehrglied, das zusammen acht Tore kassiert hat. Aber, ich glaube, große Chancen haben wir so oder so nicht, dass das Ding holt, weil Lewandowski, Haaland auch mit dabei und auch noch Kainz. Das müsste Mbavu sein von Wolfsburg und auch Giovanni Reina von BVB sind alle mit drin. Aber, natürlich ist der Abstimmungslink auch dabei oder findet ihn sehr schnell über Bundesliga-Player of the Month, aber ist auch natürlich im Sammlink mit drin. Gerne abstimmen für Kempf, auch wenn ich da zugegebenermaßen nicht groß Hoffnung habe, dass er das Ding gewinnt. Wäre dann, glaube ich, auch dann der erste, wer ist der erste Player of the Month für FIFA 22? Bin mir gerade gar nicht sicher. Aber, genau, da gerne mal abstimmen. Und einfach, weil es sonst nirgends reinpasst, dieses Ding, auch hier nochmal zum FIFA-Ding quasi dazu. Die Mario Gomez-Karte kam raus oder wurde offiziell benannt von den Werten her. Bekommt er so eine Icon-Karte in FIFA 22. 88er Rating, also eine Karte, die quasi als Gomez zählt, Deutschland und Bundesliga. Also nicht Klub definiert, sondern Liga definiert, was auch sehr schön ist. Auf Twitter meinen sie, dass das Trikot von 27 zu 8 sein müsste, das er anhat. Wahrscheinlich wollte er eh versuchen, das Meister-Trikot von 26 zu 7 zu nehmen. Aber hey, immerhin haben sie es versucht für die E-Verhältnisse. Na, genügend Detail. 83 Pace, 90 Schuss, 73 Passen, 82 Dribbeln, 43 Defensiv und 83 Füße. Also es wird, glaube ich, ja, wir kennen die Meta und diese ganzen tollen E-Sports-Begriffe. Wir kennen das eh noch nicht von 24, was da die Meta wird. Aber an und für sich natürlich jetzt rein vom Pace erstmal gucken. Eine Karte, die jetzt nicht jeder direkt haben will. Aber ich hoffe, dass sie recht erschwinglich wird und dann wird die auf jeden Fall geholt. Also das ist eine ganz klare Geschichte. Wir kommen zum letzten Part hier in den VfB-News. Nämlich so ein bisschen Corona und Heimspiel nächste Woche. Nämlich sehr interessant. Die DFL hat was rausgehauen. Mehr als 900.000 abgesetzte Tickets an den ersten Spieltagen der Bundesliga und zweiten Bundesliga. Und es gab Kontaktnachverfolgung in sechs Fällen. Also würde ich sagen, ein sehr, sehr guter Schnitt. Da klappt die, gut, bei manchen ist es 2G. Bei manchen ist es bei den meisten, glaube ich, noch 3G-Regelungen im Stadion. Aber da klappt das scheinbar. Da sind jetzt keine, ja, keine Ahnung, keine Herde oder sowas. Keine großen Superspreader-Events oder so. Nächstes Thema ist nämlich 2G. Ich will es hier ganz kurz halten. Das ist mit dem VfB-Kanal so. VfB-News. Ich bin kein Virologe. Ich bin, ne. Aber einfach, weil es natürlich auch zum VfB gehören würde, haben wir möglicherweise demnächst in Baden-Württemberg ja die 2G-Regelung. Wenn eben die Intensivbettenbelegung noch höher wird, ja, dann wird es verpflichtend vorgeschrieben, dass wir 2G haben. In den ganzen Events-Geschichten, ich glaube auch Restaurants und sowas zählen dazu. Also Einkaufen und so, glaube ich, jetzt nicht, diese kleineren Sachen. Oder die Basics, doof gesagt, sowieso ein brisantes Thema. 2G wäre ich mir auch persönlich nicht sicher, ob das nötig ist oder ob das das richtige Signal ist, gerade gesellschaftlich. Keine Ahnung, aber gerade hier auf den VfB bezogen, dabei würde ich es belassen, müsste es ja auch heißen, dass dann irgendwann der VfB das auch verpflichtend einführen muss, dass du nur noch mit 2G im Stadion kommst. Und wenn das eben für nächste Woche schon ist, dann wird es wahrscheinlich das Leverkusen-Spiel das letzte sein, was noch mit 3G funktioniert. Weil die Karten sind ja schon draußen ab Mittwoch. Ich glaube kaum, dass sie dann sagen können, ups, wir haben 2G, alle die 3G haben, ja, eure Karten sind nicht gültig oder so. Das können sie, glaube ich, nicht mehr durchführen. Aber dann könnte es möglicherweise das letzte Heimspiel sein vom VfB, dass erstmal mit 3G stattfindet. Das wäre natürlich, ne, je nach Intensivbelegung oder es könnte eine Hin und Her werden zwischen, okay, die Betten sind befüllt, wir haben 2G und die Betten sind okay, wir haben 3G. Das könnte eine ganz wilde Phase werden. So, wir haben gesteilt, wie sich das entwickelt. Wer da Karten haben will, gerade im Mitgliederverkauf ist es noch, ab nächsten Dienstag müsste es sein, geht es wieder in freien Verkauf fürs Spiel nächste Woche Sonntag um 15.30 Uhr im Leverkusen. Und da kann ich bisher festhalten, wenn ich es nochmal aufmache, ich habe ja schon Tickets geholt am Mittwoch für den Dauerkartenverkauf natürlich. Es, ja, der Ansturm ist gar nicht mehr so riesig, glaube ich. Also es war schon mal schneller weg. Das Preisniveau ist leicht höher als noch gegen Freiburg. Also da, wo ich sitze, zahlt man gegen, hat man gegen Freiburg, also ich sitze wieder auf 34D, ist ja so der Standardblock. Da hat man Dingson gezahlt, 25 Euro, jetzt zahlt man 27,50 Euro dort, also alles so leicht erhöht. Das gilt auch für die anderen Ränge, er hat alles so ein bisschen erhöht, weil es ja auch ein wahrscheinlich leichter, höheres Preisniveau ist gegen Freiburg halt auch vom Niveau vom Gegner her, tabellarisch und so weiter und historisch. Als Dauerkarteninhaber hat man noch 2 Euro Rabatt bekommen, glaube ich. Also zahlt quasi 50 Cent mehr als letztes Mal noch gegen Freiburg. Und das ist wirklich quasi alles noch frei, selbst hier unten, ich glaube für den Freienverkauf weiß ich, ob es dann auch immer noch frei ist, aber selbst in den, ne, sind jetzt wieder offiziell, Stehplatzplätze unten, in den Blöcken Kanzler-Kurve, es gibt es noch welche gerade. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob die noch da sind, es sind noch 2 Blöcke, wo es noch was gibt, ob die noch da sind am Dienstag, aber drüber gibt es überall welche. Klar, auch nicht mehr extrem viel, so, also halt einzelne Plätze, aber es gibt quasi überall noch was. Auch die gesamte unter Türkammer-Kurve kann man überall noch in die Tickets reinklicken. Ja, mein Haupttribüne Karcher sowieso, aber die sind ja alle ein bisschen teurer, das dauert immer ein bisschen länger, bis die weg sind, aber vom Gefühl her war der Anstrumpf gegen Freiburg, glaube ich, noch ein Ticken höher als jetzt gegen Leverkusen. Mal gucken, wie es sich so entwickelt, wie gesagt, freier Verkauf ist ja da ab. Dienstag, jo, dann sind wir durch mit den News, bin quasi bei 20 Minuten, morgen dann, wie gesagt, geht es für mich nach Frankfurt, einfach Namen vergessen, perfekt, wegen diesem Freiburg-Frankfurt-Ding. Nach Frankfurt geht es morgen, habe sehr, 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 sehr Bock drauf. Scheinern im Volk wird natürlich kommen, hier, für die, die die News hier anhören, wahrscheinlich, keine Ahnung, ich tippe mal gegen halb zwölf, null, vielleicht später als null, weil ich halt mit der Bahn so ankomme, dass ich hier um, lass es 10 Uhr sein oder so, also 22 Uhr sein, mit dem Vlog richtig anfangen kann, den zu schneiden. Deswegen könnte es ein bisschen länger dauern, aber irgendwann in der Sonntagnacht wird der Vlog natürlich noch kommen, so schnell es irgendwie möglich ist. Ich habe sehr, sehr Bock drauf, hoffe natürlich auf einen Auswärtssieg, sonst ist es natürlich immer ein bisschen schade, da hingefahren zu sein, aber ich glaube, für die Stimmung alleine wird es wieder sehr, sehr geil, weil ich wirklich, da 1200 Karten sind offiziell vom VfB, habe ich ja im Vorbrich schon gesagt, weg. Und dazu die ganzen Blöcke drumherum, klar, die sind ja auch alle nicht voll, voll in dem Sinne, da werden ja auch immer Abstände sein zwischen den Plätzen. Mal gucken, wie die es in Frankfurt gemanagt haben. Bei uns ist es ja immer quasi vier nebeneinander und dann wieder zwei frei, vier nebeneinander, zwei frei. Das sind über zwei Reihen, also quasi vier nebeneinander und vier nebeneinander, dass du so einen Achterpack hast, oben, unten von der Reihe her. Und dann sind, glaube ich, wieder zwei Reihen frei oder eine Reihe frei, so ist es bei uns. Mal gucken, wie die es in Frankfurt machen, aber auf jeden Fall zwei Karten nebeneinander schon mal. Also ich glaube, dass sie zumindest auf jeden Fall dieses Schachsystem nicht haben mit Einzeltickets quasi so und dann immer frei links, rechts, oben, unten von einem. Bin mal gespannt, wer ihr im VfB dann auch sehen könnt, wie sie es da gemacht haben in Frankfurt. Aber ich gehe echt davon aus, dass wir 1500 haben, mindestens von Auswärtsfans, weil die ganzen Blöcke drumherum sind auch alle weg. Und das ist ja jetzt ein Blog, wie um den Auswärtslogger im VfB, der kauft ja auch kein VfB für normalerweise Karten, außer es gibt nur noch dort Karten, man will unbedingt ins Spiel. Also ich glaube schon, dass die meisten von VfB-Fans geholt wurden, eben von Frankfurt aus, weil eben über den VfB kamst du an keine Karten ran, nur über VfB away. Ja, deswegen, ich erwarte wirklich 1500 plus, ich glaube 2000 waren ein bisschen optimistisch gehofft gestern von mir, aber also im Vorbericht gestern. Mal gucken, ich habe sehr, sehr Bock, da gerade vermutlich auch die Frankfurt-Fans nicht richtig am Start sind, glaube ich, die Ultras auch da immer noch kollektiv wegbleiben, können es wirklich ein akustisches Heimspiel werden. Ich habe sehr, sehr Bock drauf, ich hoffe, ihr habt auch Bock auf den Vlog, der dann wie gesagt kommt. Und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören bei diesen VfB-News, extra Ausgabe quasi hier am Samstag, weil sie es einfach so terminlich angeboten hat, von der Planung her mit Vorbericht mit Benni. Gerne nochmal reinziehen und eben der Einzelfuhlbericht zugesehen, dann eben der Stadion-Vlog morgen, euch einen schönen Spielmorgen, schönes Wochenende generell, wenn wir einen schönen Samstag haben und bis zum nächsten Mal.